Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute mal wieder eine kleine Runde Rocket League. Das habe ich irgendwann schon mal gemacht, das Video verlinke ich euch ganz am Ende. Das hieß, der schlechteste Autofahrer und seitdem bin ich auch nicht wirklich besser geworden. Ich würde sagen, in diesem Sinne, viel Spaß. Fresse. Okay, okay, wir spielen einfach. Sind die schlechter als ich? Ey, gut, die ist ja anfänglich sein, oder? Ich bin Semi-Profi. Ja, deswegen, wenn es anfängt, dann sind die so vom Level her schlechter. Nein! Okay, 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 die sind besser als ich. Nein, doch. Ich fahre einfach nur im Kreis. Welche Richtung müssen wir? In die Orangen. In die Orangen. Oh Gott. Marvin! Marvin! Ich schäme mich. Okay. Ja! Ja! Nein! Was? Aus dem Hintergrund kommt es schon. Oh! Ich fahre einfach nur im Kreis gerade. Nein! Steh frei! Ach so, ja, dann mach. Der Fabio, was hat gerade jetzt lang gemacht? Wenn ich dir jetzt erzähle, dass das ein Torschuss war. Ich hoffe, wie schlimm ich den genommen habe. Ja, okay, wir verbuchen es als Traumpass, okay? Ja, das war es. Definitiv nein. Nein! Nein! Oh mein Gott! Fahre, du musst! Tor! Ja! Tor! Gier Sekando! Hast du denn schön? Das war ein Traumtor. Traumtor, schau dir das nochmal an. Der ist geliebt, Alter. Oh, von Gier Sekando. Ja, will er mich ficken? Los, 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 los! Stopp! Mein Ball! 2.000 Jahre später. Ich habe Internet erfunden. Äh, Fabio, bist du außen? Ne, ich bin Mitte. Oh Gott, ich habe... Ja. Okay. Ja, ab! Soll ich dich trösten? Ich hätte es auch gemacht. Du bist da. Na, schau her! Du hättest da aber nicht getroffen. Ich habe gedacht, du meinst einen Teammate. Meh. Das Spiel passiert irgendwie um mich herum, habe ich das Gefühl. In der Tat. Wie meine Hasenohren im Wind flattern. Das hätte der Jan auch immer gern das Gefühl, oder? In real life. In Minecraft. Fabian... Das ist doch hart! Der ist, der ist, der ist, der ist, der ist. Der Enzo Messi eins, äh, oder Enzo Messi sieben, ja. Vor Wind? Ja, ja. Ich beobachte mir das Spiel! Aber bist du jetzt doch vor Wind? Ja. Oh Gott. Oh Gott. What the fuck? Na, der ist nicht überhaupt. Natürlich bin ich instant explodiert. Das ist ja, wenn man Geschwindigkeit drauf hat, ne. Nice Fabian! Kombo, Rombo! Kombo, Rombo und nicht Rombo, Kombo. Schnauze, bei mir ist das anders. Ich glaube es gibt das. Upsi! Ja! Nein! Ich lerne doch das Spiel noch! Ach, da doch, Spar. Ich hab ne Vorlage bekommen! Ja, siehste, gehst doch bergauf. Boah, vor allem. Epic Impact war schon geil. Das war Tempo, also passt mir voll Tempo. Wow. Das war Spar. Das war Spar. Alles klar! Wir haben gerade ein Gruppel-Steam installiert und deshalb muss ich es testen. Es gibt... Alles klar! Sieg durch Aufgabe! So Leute, das war's mit dieser kleinen Runde Rocket League. Ich hoffe, ihr hattet genau so viel Spaß wie wir. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin! Ciao! 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 Ciao!